so liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen runde black ops 3 auf diesem kanal ihr seht schon hunted low prince opposite world of ice darkest oh gott son goku spielt mit hoffentlich macht er kein kamea mehr gegen mich mal schauen und leute wie geht es euch so schon ewig kein black ops 3 mehr gezockt wir sind nicht mehr auf dem pc auf keinen fall nur normalen acht action kommen wir versuchen noch mal eine runde im acht mal schauen wahrscheinlich wieder auf dem ende aber ich mit dem 8 nix geschissen krieg immer so schnell gebumst hier wo meine zielsicherheit damit der macht einfach grottenschlecht ihr was ich meine so direkt wieder schon gewechselt ich kann mir den verkackten thermal die sitzen hier alle rum was steht da oben drin ich bin nicht mal reingekommen warum versuche ich das überhaupt son goku du kleiner pisser na ja schlecht ist von ihren na ja ich komme gerne ich will anschleichen jedes mal 20 prozent klappt das, meistens kriege ich aber einen auf die fresse hier noch keinen so wie die da, die beiden Arschlöcher den nehmen wir so mit doch, kommen jetzt von hier wieder welche und zwar genau der, den ich gerade abgeschossen habe herzlichen Glückwunsch du hast den auf die fresse bekommen alter war der schlechter und ich bin noch schlechter ich krieg den Anfall da oben drauf steht einer sehr gut sehr gut wie am schnürchen die scheiße so jetzt rein in die Olga alle tot klasse nochmal so zur Information, so setzen wir seinen Spezialisten nicht ein so nicht wo das rühren von mir kollege und nicht aufgepasst und tot man dröhnchen raus freunde vielleicht mit no scope voll getroffen noch mal hier lang oder dem ist diesmal nicht und verdrohne faszinierose hat er mich gerade von hinten erschossen ich bin an dem vorbeigesprungen oder was nicht Nein. Ach. Das ist nicht wahr. Der kommt doch noch weg. Was hat mit den Gegnern hier? Stark. Immer noch erstaunt, dass wir da so schnell abhauen konnten. Ach, das ist nicht sein Ernst, ey. Jetzt will ich das sehen. Der NLV-Visier drauf, ey. Da habe ich gerade wieder nicht drauf geachtet, ey. Ich fahre, ey, bis zum Abwinken, ey. Was ist denn hier los auf einmal, ey? Richtig, hör auf zu schießen. Kröte. Wie das von Gokko, ne? Der fuckt mich ab. 17, 15, aber jedes Mal trifft er mich. Oh, halb Affen. Biss dich. Nö, gegen den will ich nicht. Ah, toll. Tönern und dann wurde ich von dem Gokko gerippt, ey. Oh, klasse. Ah, unser war das. Sehr gut. Gleich vorbei. Zack. Last kill haben wir auch noch gemacht. 24, 13. Ist okay bei der Lobby. Die war echt. Gar nicht mal so leicht. Ganz mal, das hier. Fuck, fickt das von Gokko. Hört uns ja mal einer in die Fresse. Fitter noch geworden. Alles klar. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.